Ich brachte euch her, um zu kämpfen. Ich brachte euch her, da ihr pflichtgebundene Deutsche seid und kein Feind ohne Furcht auf euch blickt. Ich verspreche nichts, außer einem harten Kampf. Doch wäre es euch anders lieber? Wäre es euch lieber, ich teufelte euch honigsüße Worte ins Ohr? Ihr wisst nicht, ich erspähe dort eine englische Armee. Wenigstens halte ich es für eine englische Armee, denn kein anderes Volk hält es für nötig, zu stinken wie der Art Ort einer Schenke. Selbst ein Franzose hat größeren Stolz. Trichst die Wunden. Ich sehe, dass unsere Feinde reichlich schwer gepanzerte Truppen haben. Hätten wir nur Männer mit Schusswaffen. Ihr Fehlen bekommen wir Fleisch zu spüren. Und so macht euren Frieden mit Gott und euren Gefährten. Brütet nicht über die Zukunft. Erhebt das Reichsspanner. Geht mit Gott. Einheiten, wartet auf meinen Befehl. Einheiten, marschieren! Leidwaffe des Generals! Ich reiße dir die Koste der Schuhe auf! Gruppe! Einhalten, 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 marschiert, marschiert! Gruppe! Einhalten, marschiert, Gruppe! Einhalten, drei, 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 drei! Einhalten, drei, drei, drei! Schaum, vor! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020